Hallo zusammen, hier ist wieder der Hotsala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chief-Man-Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Experte und für diesen müssen wir Davos Paragon des Zweifels in den Spitzen des Aufstiegs auf den Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir sie mit fünf Sperren der Pflicht getroffen haben. Wo kriegen wir diese, ja, Sperre der Pflicht her? Und zwar seht ihr schon, ich versuche immer die Kamera so ein bisschen nach oben zu bekommen. Die befinden sich nämlich in der Luft und spawnen während dem Kampf so nach und nach immer mal wieder nach. Und sind nicht von Anfang an fünf da, sondern man hat immer nur ein, zwei, drei oben, je nachdem wie viel man direkt am Anfang schon sich geholt hat. Wie kommen wir da hoch? Und zwar müsst ihr von der Plattform hier runter springen, bekommt, dann werdet ihr nach oben geschleudert, bekommt Flügel. Und sobald ihr diese Flügel habt, könnt ihr dann oben ein bisschen rumflattern. Diese Sperre einmal einsammeln und dann dementsprechend auf den Boss schießen. Ihr seht, der Mager ist runtergesprungen, wird hochgeschleudert, hat die Flügel, fliegt durch so einen Sperr durch und dann schießt er den auf den Boss drauf. Ihr habt dann übrigens auch den Vorteil, dass ihr auf dem Boss einen Stack habt, der mit, ja, Anzahl der Sperren quasi hochgeht. Heißt, wenn ihr fünf Sperre draufgehauen habt, habt ihr auch fünf D-Bars quasi auf dem Boss drauf. Ihr solltet das am besten nur die D-Ds machen lassen. Der Tank muss auf der Plattform bleiben, sonst tritt halt der Boss ein bisschen durch. Heiler sollte auch da bleiben, dass es halt Heilung gibt. Und die D-Ds können eigentlich so nach und nach die Sperre holen. Wichtig ist, ihr solltet da ein bisschen gucken, wo ihr gerade im Kampf seid. Denn der Boss haut ja hier seine AE raus und den kriegt ihr auch oben ab. Und der kann einen schon killen, wie der eine Magier bei uns in der Gruppe rausgefunden hat. Dementsprechend solltet ihr es so machen, wartet den AE ab, springt dann von der Plattform als CD, sammelt einen Sperre ab, wirft sie ab und dann kommt nämlich schon der nächste AE und ihr müsst wieder unter der Bubble stehen. Ihr könnt natürlich auch mit Immunisierungseffekten dann oben auch bleiben, aber da müsst ihr das halt dann einigermaßen gut timen. Das Ganze zieht sich hier eine Weile, also ein Damage-Stop auf den Boss am Anfang ist von Vorteil. Und man sollte nicht den Boss zu weit runterhauen, denn man wird doch einige Phasen brauchen, bis man alle fünf Sperre drauf hat. Alleine schon die oben zu erwischen ist nicht ganz so einfach. Am besten schickt er dementsprechend alle D-Ds hoch, dass alle auf Sperre-Jagd gehen. Und dann geht das Achievement aber auch. Gut, wir hauen jetzt gerade noch den Boss um, Achievement ploppt auf. Und ja, damit sind wir auch tatsächlich durch mit dem kleinen Achievement-Guide. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.